Hallo zusammen, heute möchte ich euch einmal etwas darüber erzählen, wie ich eigentlich zur Astrofotografie gekommen bin. Aber dafür muss ich etwas weiter ausholen. Meine Begeisterung für den Weltraum hatte ich bereits von Kindheitstagen an entwickelt und damit wuchs auch früh mein Interesse für das Science-Fiction-Genre. Die meisten von uns sind ja auch mit Star Wars und Star Trek aufgewachsen. Als Kind habe ich meinen Vater oft alles Mögliche vor dem Schlafengehen gefragt. Nicht nur, um länger wach bleiben zu können, sondern auch, um mehr über die Welt zu erfahren und wie das alles funktioniert. Zu der Zeit habe ich dann auch viel über griechische Mythologie gelernt. Ich erinnere mich noch an ein kleines rotes Buch, in dem die bekanntesten griechischen Sagen in Kurzgeschichten erzählt wurden. Und damals liefen ja auch Serien wie Herkules und Xena im Fernsehen. Herkules. Als Jugendlicher hat mir mein Vater dann irgendwann von Stephen Hawking eine kurze Geschichte der Zeit in die Hand gedrückt. Und spätestens zu dem Zeitpunkt war ich vollkommen vom Weltraum fasziniert. Allein die Vorstellung, was ein schwarzes Loch ist oder wie Wurmlöcher entstehen könnten, klang so fantastisch, dass ich hier immer wieder nach Filmen geschaut habe, die sich an diesen Themen abarbeiten. An dieser Stelle einfach mal drei Filmempfehlungen. Wie das dann aber so als Jugendlicher ist, hat man dann auch andere Interessen und verliert manche Dinge aus den Augen. Bis ich dann während meines Studiums wieder intensiv angefangen habe zu fotografieren und daraus dann letztendlich auch ein Beruf geworden ist. Vor acht Jahren kam dann mit dem Film Interstellar die Faszination für den Weltraum wieder in mir hoch und ich habe meine ersten Gehversuche in der Milchstraßenfotografie gemacht. Mehr oder weniger zufällig im Garten meiner Eltern. Ich habe einfach die Kamera auf einen Gartentisch gelegt und das war, was ich bekommen habe. Klar, nicht wirklich spektakulär, aber ich war hooked. Letztendlich bin ich dann durch Recherchen zur Milchstraßenfotografie auf die Deep Sky Fotografie gekommen. Aber aus Ermangelung von Geld und weil ich meinen fotografischen Fokus auf die Konzertfotografie gerichtet hatte, habe ich 2016 noch kein Astro Equipment angeschafft, aber mich dennoch an mein erstes Bild des Orion Nebels gewagt. Gut, viel Rauschen und wenig Details. Ich hatte einfach zu wenig Bilder gemacht, da ich noch nicht wusste, wie das mit dem Stacking-Verfahren richtig funktioniert. Ich hatte schlichtweg keine Ahnung von dem, was ich da mache. Kurz zur Erklärung. Beim Stacking werden mehrere Bilder durch ein Stapelverfahren zu einem Bild aufsummiert. Das ist dann so, als hätte man beispielsweise ein mehrstündiges Bild auf einmal aufgenommen. Als ich dann 2019 bei einer meiner zahlreichen Schottlandreisen meine ehemaligen Gasteltern besucht habe, hat sich herausgestellt, dass mein Gastvater seit längerem in einem Astroverein ist und zufällig an einem der Abende eine Sternenparty war. Als ich dann zum ersten Mal durch ein Teleskop mit meinen eigenen Augen die Ringe des Saturns gesehen habe, war klar, ich musste daraus ein ernsthaftes Hobby machen. Es ist dann doch noch einmal ein Jahr ins Land gezogen, bis ich mir meinen ersten Star-Tracker gekauft hatte, den Skywatcher Star-Adventurer. Ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung zum neuesten Modell. Mit diesem Setup habe ich dann einen neuen Versuch gestartet und siehe da, klar, die Bilder sind jeweils stark zugeschnitten, da meine Ausrüstung für die Bühnenfotografie ausgelegt ist und meine längste Brennweite nach wie vor nur 200 Millimeter hat. Aber den Fortschritt kann man deutlich sehen. Hier zum Vergleich nochmal die Aufnahme aus 2016. Im Jahr darauf habe ich mir dann meine erste Nachführung und kurz darauf sogar mein erstes Teleskop gekauft. Man konnte sich damals ja sowieso nicht mit anderen Menschen treffen und von daher war das ein idealer Zeitpunkt, um mit so einem Hobby anzufangen. Und was ich damit geschafft habe, finde ich immer noch unglaublich. Und mit diesem Bild war ich erstmals auch so zufrieden, dass ich es ausgedruckt habe. Den Orion Nebel hatte ich mir deshalb ausgesucht, weil ich überall gelesen hatte, dass er für Einsteiger leicht zu fotografieren sei. Leicht allerdings nur deshalb, weil er zu den hellsten Deep-Sky-Objekten gehört und man daher schon mit wenigen Aufnahmen und kurzen Belichtungszeiten zu akzeptablen Ergebnissen kommen kann. Da der Orion Nebel aber einen großen Dynamikumfang hat, heißt sehr helle, aber auch sehr dunkle Bereiche, kann es schnell passieren, dass einem das Zentrum ausbrennt. Ich kann an dem Objekt also noch einiges lernen, vor allem was die Nachbearbeitung betrifft. An dieser Stelle möchte ich euch aber dazu motivieren, es selbst auszuprobieren. Für ein Milchstraßenfoto braucht man keine super teure Kameraausrüstung. Da spielen Dinge wie der richtige Ort und Zeitpunkt eine größere Rolle. Hier nur als Beispiel ein Bild, das ich durch die Stacking-Methode mit meinem Smartphone aufgenommen hatte. Gerne mache ich dazu mal ein Tutorial und einen Vergleich, wie sich ein Smartphone gegenüber einer Kamera schlägt. Schreibt mir also gerne in die Kommentare, ob das was für euch wäre. Jetzt möchte ich aber von euch wissen, wie eure Reise zur Fotografie begonnen hat. Betreibt ihr auch Astrofotografie oder habt ihr euch ein anderes Feld ausgesucht? Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Es gibt noch viel zu erzählen und bis dahin Clear Skies. Untertitelung des ZDF für funk, 2017